Jünger Krishnas bei den Vorbereitungen zu einer Hochzeitszeremonie nach hinduistischem Brauch. Krishna ist der Name einer alten indischen Gottheit, die neuerdings auch im Abendland Anbeter findet. Die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein ist wohl die exotischste unter den Jugendreligionen, jenen neuen religiösen Bewegungen, die ihre Mitglieder in erster Linie unter jungen Leuten zwischen 18 und 25 suchen. Auffallend ist allein schon die äußere Erscheinung, die safrangelben Gewänder, der zum Zeichen der Demut kahl geschorene Kopf der jungen Männer. An der verbliebenen Haarlocke zieht Krishna die Gottgeweihten, so nennen sich die Mitglieder der Bewegung, aus dem Sumpf der Maya, der irdischen Unzulänglichkeit. Die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein wurde 1966 in den USA von Bhaktivedanta Swami Prabhupada gegründet. Grundlage der Lehre sind heilige Schriften des Hinduismus. Die Zahl der Mitglieder beträgt weltweit etwa 4000, in der Bundesrepublik Deutschland 100 bis 150. Die Gemeinschaft wird vom Gründer und zwölf Vertretern für alle Teile der Erde autoritär geführt. Den einzelnen Zentren stehen Tempelpräsidenten vor. Die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein verhilft den Menschen zu verstehen, dass Krishna der höchste persönliche Gott der Besitzer allerdings nicht ist. Weil aber wie immer auch die Menschen dieses Bewusstsein verloren haben, streiten sie sich wie die Katzen und Hunde überall auf diesen äthischen Planeten um das Eigentum Gottes. Das nächste aktuelle Schänden der Heiligen Namen Gottes, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ist der Vorgang in dieser Zeit, um sein ursprünglich nun schlummerndes Gottes oder Krishna-Bewusstsein wieder zum Leben zu erwecken. Ich hoffe, dass alle Menschen ihren höchsten Nutzen aus dieser Bewegung für Krishna-Bewusstsein ziehen und versuchen, ihre Philosophie etwas ernsthafter zu verstehen. Hare Krishna Der Beitritt zum Krishna-Orden bedeutet im Allgemeinen den totalen Bruch mit der eigenen Vergangenheit und die Preisgabe aller bürgerlichen Bindungen. Für manche ist das durchaus eine Chance. Vorher habe ich sehr viele Dinge getan, zum Beispiel habe ich sehr viele Arten von Drogen genommen, ich habe alle möglichen Arten von Gelegenheitsarbeiten angenommen und sehr viele Philosophien studiert. Aber ich war nie so richtig zufrieden damit. Bis ich zum Krishna-Bewusstsein kam, da habe ich nun wirklich die stärkste Droge gefunden. Unter den Krishna-Jüngern trifft man viele Ausgeflippte und Gescheiterte, die hoffen, sich durch eine radikale Umkehr von seelischen Zwängen befreien zu können. Die wenigsten merken allerdings, dass sie sich durch ihren Beitritt zum Krishna-Orden oft nur neuen Zwängen ausliefern. Und dann habe ich mich mal mit einem Gottgeweihten auf der Straße unterhalten und es hat mich so fasziniert, dass ich unbedingt mit ihnen zusammen sein wollte. Ich hatte vorher viele Drogen genommen und war auch ziemlich körperlich fertig gewesen und traf einige Gottgeweihte, die mir in diesem Zustand halfen. Und im Endeffekt befinde ich auch hier drin die Befreiung. Krishna-Jünger gehen keiner Arbeit nach. Aber man führt als Gottgeweihter kein bequemes Leben. Bereits um vier Uhr morgens findet der erste Gottesdienst statt. Den Nachmittag verbringen die Mönche beim Sankirtan, beim missionarischen Einsatz. Durch den Verkauf von Krishna-Literatur und das Verteilen von Flugschriften wollen sie die ganze Welt mit erlösendem Krishna-Bewusstsein erfüllen. Wen interessiert das? In erster Linie sind junge Leute sehr interessiert an Krishna-Bewusstsein. Wie bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt? Wir sind damit beschäftigt, viele Bücher von unserem geistigen Lehrer jetzt ins Deutsche zu übersetzen und die zu verbreiten. Wir haben eine Scheibladenproduktion angefangen und wir sind damit beschäftigt, Räucherstäbchen herzustellen und diese zu verkaufen. Ihre Geschäftstüchtigkeit steht außer Frage. Ihre Methoden allerdings sind zweifelhaft. Das stellte auch die Staatsanwaltschaft in Frankfurt fest, die im Dezember 1974 eine polizeiliche Durchsuchung auf Schloss Rettershof der im Taunus gelegenen deutschen Zentrale der Bewegung anordnete. Sie leitete außerdem Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts auf fortgesetzten Bettelbetrug und Verstoß gegen das Sammelgesetz und die Gewerbeordnung ein. Die jünger Krishnas erbetteln jeder monatlich vermutlich mehrere tausend Mark für hungernde Kinder in Indien, wie sie den Passanten sagen. In Wirklichkeit dürften diese Gelder jedoch größtenteils in die Ordenskasse fließen und den weltweiten Ausbau der Krishna-Bewegung sicherstellen. Die jünger Krishnas selbst führen ein anspruchsloses Leben. Das Essen ist streng vegetarisch und nach vedischen Rezepten zubereitet. Der Veda ist die älteste Urkunde des indischen Brahmanismus, eine Sammlung heiliger Hymnen, Opferformeln und Zaubertexte. Veda heißt Wissen und bedeutet die Kenntnis der übermenschlichen Mächte und der Mittel, sie zu beeinflussen. Das tägliche rituelle Festmahl zur Mittagszeit, das Prasadam, erfüllt jeden, der davon ist, mit beglückendem Gottesbewusstsein und sichert ihm eine Wiedergeburt als Mensch zu. In den spartanisch eingerichteten Schlafräumen der Ashrams, der Tempel, sind die Bilder des Gottes Krishna, seines bedeutendsten Jüngers, Kaitanya und des Gründers der Krishna-Bewegung aufgestellt. Krishna gilt als die irdische Verkörperung des indischen Gottes Vishnu und als Verkünder der Bhagavad-Gita, eines 700 Verse umfassenden Gesangs, der zu den Grundlagen des Hinduismus gehört. Auf die Bhagavad-Gita gründet sich Bhakti, einer der drei klassischen Wege des Hinduismus zu Gott. Bhakti, der Pfad der liebenden Hingabe. Der Bengale Sri Kaitanya ist diesen Pfad vor viereinhalb Jahrhunderten mit besonderer Inbrunst gefolgt. Auf ihn berufen sich die Jünger Krishnas. Geistiger Meister, Guru unserer Zeit, ist ihrer Ansicht nach ihr Führer Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Er allein kann den rechten Weg zu Krishna weisen und genießt daher göttliche Verehrung. Seine göttliche Gnade Bhaktivedanta Swami Prabhupada bei einem feierlichen Besuch auf Schloss Rettershof. Der über 80 Jahre alte ehemalige Konzern-Direktor aus Kalkutta ist wie seine Jünger unablässig damit beschäftigt, den Mahamantra, den erlösenden Spruch, heiligem Namen Gottes aufzusagen, pro Tag wenigstens 1728 Mal. Damit sie sich nicht verzählen, erhalten neue Mitglieder anlässlich einer Namensgebungs- Zeremonie eine Gebetskette, die sie von da an in einem Beutel am Gürtel stets bei sich führen. Kannst du vier Prinzipien in Deutsch aussagen? Kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier essen, keine Rauschmittel zu sich nehmen, keine Unterlappen zu unterhalten, keine Beziehungen zu unterhalten und keine Klickspiele. Das heißt, Kalagni. 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 Kalagni heißt, der Feuer ansteckt zu die ewige Zeit. Rechte Hand. Die vier Prinzipien legen die Lebensweise der Krishna-Jünger fest. Der Verzehr von Fleisch und anderen tierischen Produkten und der Konsum von Rauschmitteln, also auch von Kaffee und Nikotin, sind verpönt. Glücksspiele sind verboten. Sexuelle Beziehungen sind nur zwischen Eheleuten und zwar ausschließlich zum Zweck der Fortpflanzung erlaubt. Mit dem Erhalt der Gebetskette ist der Eintritt in den Krishna-Orden vollzogen. Ab jetzt hat der Mönch mit Leib und Seele Krishnas Diener zu sein. Widerspruchslos muss er sich in allen Fragen der Autorität seines Gurus beugen. Oft genug bedeutet das Entmündigung, nicht aber Erlösung. Swami Prabhupada, der mit bürgerlichem Namen Appaicharande heißt, hat Philosophie, Volkswirtschaft und englische Sprache studiert. Er verfasste rund 60 Bücher, vor allem Kommentare zu den Heiligen Schriften und zu den Legenden aus dem Leben des Krishna's. Lape Wanda, der mit ghost ist. Musik Leidenschaftliche Huldigungstänze zu Ehren Krishnas gehören zum großen Gesang der Befreiung, mit dem alle Welt die verlorengegangene Harmonie, die Einheit mit Gott wiederherstellen soll. Verschiedene Aktivitäten sollen die Erlangung dieses Ziels fördern. Seit einiger Zeit entwickelt die Krishna-Bewegung zum Beispiel rege schulische Initiativen. Internate, in denen Kinder aus der Bewegung im Geiste Krishnas erzogen werden, entstanden in Dallas, USA und bei Paris. In Indien errichtet die Gesellschaft eifrig Tempel und Pilgerzentren. In den USA und in England werden Musterfarmen betrieben, auf denen Krishna gemäße Nahrungsmittel produziert werden. Angewandtes Krishna-Bewusstsein könnte man sagen. Welcher Sinn steckt dahinter? Swami Prabhupada erläutert seine Lehre so. Wir Lebewesen sind ein Teil Gottes. Ursprünglich hatten wir ein Krishna-Bewusstsein, ein Gottes-Bewusstsein. In der künstlichen materiellen Zivilisation haben wir das vergessen, haben wir die sinnlichen Bedürfnisse unseres Körpers befriedigt. Jetzt muss das Bewusstsein wiederbelebt werden. Das ist wie bei dem Dummkopf, der sein Haus verlässt, um unabhängig zu leben, obwohl er ganz genau weiß, vielleicht hat er es auch vergessen, dass sein Vater ein schwer reicher Mann ist. Er wird dumm und vergisst seinen Vater. Daher ist es für diesen Dummkopf das Beste, ihn zu seinem Vater zurückzubringen, damit er sein ursprüngliches Bewusstsein wiedererlangt. Das ist der Sinn des Krishna-Bewusstseins. Daran ist nichts Unnatürliches. Der Tag endet im Ashram. Eine letzte Huldigung an Krishna, bevor die Jünger des indischen Gottes gegen halb 10 Uhr zu Bett gehen. Im Vergleich zu anderen Jugendreligionen ist die Gemeinde der Krishna-Jünger nur klein. Dennoch stellt ihre Existenz, wie auch die aller anderen religiösen Gemeinschaften asiatischen Ursprungs, die hierzulande missionieren, ein bemerkenswertes und trotz aller notwendigen kritischen Anmerkungen ernstzunehmendes Phänomen dar. Gerade in den Augen vieler junger Menschen hat sich das überlieferte westliche Fortschrittsdenken in unserer Zeit als ungeeignet erwiesen, die Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten. Der Osten bietet Alternativen. Ist das wachsende Interesse daran mehr als nur eine Mode? Das wachsende Interesse daran mehr als nur eine Mode? Das wachsende Interesse daran mehr als nur eine Mode? Knуем nicht ab und permeieren. Irgendwo sind auf alle complimenten Accounts, die ganzen Leute warstetig und Luiza. Immer wieder kannst du aufhören! Wir antigen%. 왜 die Frage nach oben vas coconut ist?